Ja, ja, ja. Don't show me this again. Wer war denn das? Hat der mal geklopft? Ich glaub das war bei Alkan, oder? Nee, sonst wär das nicht auf Deutsch. Das hat nur bei Mike gewesen sein. Aber Alkan hat geläuchtet währenddessen. Oh, Remkos blockiert. Alkan hat der mal geklopft. Ach, hier bist du, warte. Der war da, Alkan. Lass jetzt in die Höhle. Ey, die ADM war hier auch nur die Hurenzöne. Ja, lass in die Höhle und camp einfach. Ah, ja, dass du mich doch geblockt. Lass in die Höhle und camp. Hast gehört. Alter, hier geschrollen die coolen Waffen. Hey, guys. Lass in die Höhle kommen. Ey, die ADME hier nur, glaubt mir. Ich hab ne CZ. Nice. Geil, Alter, dann ist die CZ. Bombe. So, lass in die Höhle. Bin in der Höhle. Okay. Du hast trotzdem nicht meinen Freunden angezeigt gerade irgendwie. Seid die alle in der Höhle schon? Mann, dann geh doch mal weg da, Hurensohn. Kommt die auch? Wenn das Feuer weg ist. Spooky Poop. Wo? Da ist ein Hurensohn. Da war ein Hurensohn. Da war ein Hurensohn. Sag, wenn du runterkommst, Mike, weil dann, äh. Na, ich bin da anders, äh. Warte. Ich komm bei euch. Ups. Okay, komm mal runter, ich komm mal runter. Der ist schon noch in Warzone, oder? Junge, Remco, komm in die Höhle. Ja, wir sind alle in Warzone. Einer muss auch hinten aufmachen. So, man sieht die Namen gar nicht, das ist voll komisch. Der ist downloadet noch, so. Achso. Doch, sieht man doch. Ey, dann kommen die drei. Ich seh sie nicht. Remco, komm jetzt. Der ist downloadet. Kommt alle in die Höhle, hallo. Sag, Spooky Poop ist Arjen. Schon die ganze Zeit. Spooky. Spooky Poop ist Arjen. Spooky Poop ist, äh, Trader. Arjen. Äh! Lol! Guck mal hier bei mir. Mimon aus Amerika. Alter, geil. Ey, Joker, weißt du, was man auf den Zimmer machen kann? Cases öffnen für Knives und so. Wie kannst du das öffnen? F3. Ey, da kommt jemand. Okay, warte. Fuck, 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 fuck. Mann, ich wollte eine Case öffnen, du Arschloch. Ey, sind jetzt alle da? Ja, ne? Hä, und wie kannst du die jetzt öffnen? Ey, ich weiß nicht, dafür mal keine Ahnung. F3. Was, Sakurai, du Pussy? Ach, hier, Cases. Ah, Sakurai. Hey, ich bin ja Detective. Nein, fuck your writer. Ach, ich hab nicht so viel Geld. Ey, das ist ne Granate. Ich bin Detective. Spooky Poop T. T Spooky Poop. Ey, Fire, denkst du, Sakurai ist ein Samurai? Killed Spooky Poop. Warte. Spooky Poop, shoot. Alder. Welcher Idiot hat's? Hä? 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 Das war der Hurensohn. Hä? Du hast der Feier gekriegt, glaub ich. Spooky Poop hat ein Heck. Ja, was ist der Heck? Der hat mich, der hat mich erschossen. Hä? Ey, wo denn ich... Ah, da... Tausch. Guck mal, wie Hurensohnig die spielen, alter. Junge, das sind solche Bastarde, alter. Die zocken das den ganzen Tag. Die zocken das den ganzen Tag. Komm, die müssen her, komm. Die müssen kommen, die müssen kommen, Alkan. Junge, mein Vater ist tot, meine Schwester, alter. Boah. Traitors win. Mann, Spooky Poop, ich wusste es. Sowas ist cool, so. Ha, Traitors win. Hey, der hat mich der Heck gewonnen, was? Wieso kommt da eigentlich kein Mala, wenn die Traitors gewinnen? Achso. Guck mal, sogar viel best... Okay, an sich, ich finde die Höhle eigentlich dumm wegen den... Ey, Joe, jetzt halte ich Joker in den Rücken und dann reite ich eher zu ihm. Oder lass... Ja, stimmt, lass ihn leer. Genau, die Musik ist voll scheiße. Und wenn einer verlustet. Chase droppt ja einfach, äh, paar, äh, Newton Launcher. Was denn den Netter eigentlich? Nehmt noch die Minecrafts mit. Guck mal, Feuer wählt die Musik aus und dann sagt er, die ist scheiße. Bestimmt ist das, ist das hier besser, wenn ein, äh... Hey, lass mal echt alle in den Netter nur... Ja, ist doch gut. Ja, nehmt wir noch Minecrafts mit. Minecraft. Ja, wegen, äh, Newton Launcher. Ich glaube, wenn man Innocence hier gewinnt, dann ist es besser als das... Guck mal, Joker. Guck mal, Joker hab geklopft. Guck mal, Joker hab geklopft. Bei mir. Warte. Bei mir oder was? Ja, wer will die Minecraft bedienen? Wer ist dann noch alles tig? Ich bin klar. Wer ist dann noch alles tig? Jari! Okay. So, was haben wir denn hier? Ich bin auch hier, man. Schicken Egg, Flare Gun, Knife, Spring Mine. Kannst du nur noch einen Launcher troppen? Ey, stimmt. Mach einen Launcher und schießt alle weg, die reinkommen. Hier, wartet, wer will haben? Ich. Wer ist denn noch Tee? Wie viele kannst du denn holen? Wer ist denn Tee alles, Feier? Warte. Ja, hier noch einer. Ja, ich will auch einen. Kannst du noch einen holen? Nee, ne. Wer ist denn alles Tee, Feier? Mach mal nur. Okay. Warte, aber wir müssen uns so hinstellen, dass wir nicht uns... Hallo, Feier. Also geht nicht in den Front. Ja, ich hab in einem extra Abstand wegen Discombo. Verpiss dich! Also nicht vor mir stehen. Oh fuck. Wir sind sehr verkackt. Achtung! Loll! Ich war die ganze Zeit gemutet oder was? Ja. Ey, ey! Ach, aber F3. Joe, komm auf da vor mir rum zurück. Ich wollte fragen, wer alles Tee ist. Ich! Ich! Und Yari ist tot. Du musst mit dem Minecraft darauf schießen. Oder lass einen kommen, lass einen kommen. Warte, ich kann das Minecraft holen, ich kann das Minecraft holen. Lass den einen kommen und dann in die Lava schubsen. Warte, ich mach was besseres. Ich mach was besseres. Ich stell mich hier hin. Wenn einer kommt, dann schubse ich den weg irgendwie. Tu das Minecraft vor meiner Fresse. Dann schieß ich hier hin. Ja toll, Joker. Wahrscheinlich triffst du mich noch. Geh, dann verpiss dich von da. Nö, ich war als erstes hier also. Junge, feier, ich kann die doch wegschubsen, man. Ich schieße ihn mit Minecraft weg. Ich schieße ihn mit Minecraft weg. You have to wait. Ai, 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 ai. Warte. Ja, Spooky, wo bist du ein Wolder Traitor? Sag, sag, er soll in den Netter, komm. Komm in den Netter. Spooky ist ein Traitor. Spooky ist ein Traitor. Oh. Hä? Ja, scheiß auf mein Gott. Nein, das mein Gott ist weg. Warum tut sowas? I'm here never, come on, get me. Hö. Welcher Mensch tut? Oha! Das war die von, äh, anderem Universum. Ach so. Aber der wird nicht kommen, man. Der ist nicht, der ist innocent. Come on, you pussy. Wollen wir den jagen, oder was? Ja, den müssen wir jagen. Hol den Radar. Come on, you pussy. Äh. Der ist in die Lava reingefallen. Hä, bist du in die Lava reingefallen? Hä, bist du in die Lava reingefallen? Hä, bist du in die Lava reingefallen? Äh, bei mir bist du in die Lava reingefallen. Ja, ich auch. Also, ich glaub, die beste Idee zu campen ist, keine Ahnung. Äh, Nether oder Turm. Sag mal, Meemon was Traitor? Oh, der lass halt den Traitor-Tester campen eigentlich. Ja! Einfach abschießen, der reinkommt. Aber da stirbst du halt voll oft, wenn die ADM direkt. Hm. Sonst hab ich keine Ahnung. Oder halt im Turm. Wobei, die gehen vielleicht den Traitor-Tester und dann tötest du die. Ja, oder halt im Turm. Ja, lass doch fünfte einfach einen Traitor-Tester, da kommt eh keine. Ja, okay. Alle, die die Tür aufmachen, einfach direkt abknallen. Warte, seid ihr alle schon vorm Traitor-Tester? Warte, ich komm nach Traitor-Tester. Okay, danach... Ich bin Detective. Ich bin Detective. Lele Games ist Traitor. Lele Games? Ja, Mann. Okay. Okay, ich bin drin. Ich mach... Ich mach... Warte, warte, warte. Geht alle nach unten, geht alle nach unten. Ich hab ne Welle, mein. Okay. Hey. 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 Hey, warum hab ich ein Deathfaker als Detective? Was für ein VIP? Aber was ist das für ein gay-server? Das kann ich überhaupt holen. Aber was will ich jetzt überhaupt holen? Ihr dürft nicht auf diesen Glaster stehen, weil der eine kann das benutzen. Ja. Lele Games. Ist das ein Kopfschuss? Guck mich an, wenn ich mit dir rede. Lass mich angucken Hey du Alter Das ist ja voll gay Du musst VIP sein Du hast hier so eine Tag 9 Warte Warte Ne Flaggern Ne Flaggern Leule Hurensohn, noch einer kommt rein Noch einer? Ey Tittmann, da kommt einer Ihr müsst mit oben chillen Wir müssen alle eigentlich vor der Tür chillen Wie lange downloadet das in einer Ihr hättet einfach zusammen mit mir schießen müssen Der hättet mich gar nicht geholen können Was ist die Flärgang überhaupt? Kann ich damit Leute chillen? Der hat sich halt Feuerwaffe Dann verbrennt der Lele Games kommt zu euch Der ist vor euch, der kommt gleich Der kommt rein Guck mal, der chillt immer noch Der ist links neben der Tür Links neben der Tür Ne, rechts jetzt links Ihr seid die letzten Ey, du musst warten Mach jetzt, du musst warten Du musst warten Du musst warten So kannst du spielen So suck my cock I find the gun block I find the gun block Soos Ich feier soos 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 Jesus Im Endeffekt, irgendwann sind wir dann nur noch zu 5 hier und können dann ernst spielen Da muss ich kann nix downloaden Was sagst du dazu Remco Was? Irgendwann sind wir hier nur noch zu 5 und können dann seriösen TTT Part machen No 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 Save Ey, Tio's on Spaß No 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 Ich No 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 Reporten. Was ist mit dir Remco? Wie lang brauchst du? Oh egal, wenn ich dich noch gekillt hätte. Das downloadet immer noch. Aber man kriegt kein Geld durchs ADM. Ihr habt so einen richtigen Gammelserver ausgewählt. Hey, wieso? Der geht eigentlich voll. Warum hier ist kein Mensch, der jemanden melden kann? Der dauert wiebelst lang. Die können hier nichts machen, wir können hier zur Furchtchillen. Ich finde auch die Waffe voll cool, CSGO-Waffen. Lassen wir einfach hier die Kinn jetzt so. Lassen wir in der Gruppe laufen. So zu 5, lass zu 5 so laufen. Wir laufen so zu Karnewahl. Ja, ja, so wichtig wie in der Schlange. Hier ist ein Schreis so schnell weg. Hoh, ich seit mir? Wir treffen uns beim Leuchtturm. Nee, ich bin beim Leuchtturm. Okay, komm, wir gehen beim Leuchtturm. Und dann töten wir alle, die wir sehen. Warte, 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 ich nehm das Combo. Mach ne C4 einfach unter den. Und wenn er runterspringt, dann töte ich den. Wenn er runterspringt, töte ich den. Geh weg. Freya, machst du C4? Ja, ja, warte. Wohin hierhin, einfach. Spooky Poop umgebracht. Ja, wir sind jetzt die Letzten, ne? Wir haben alle umgebracht. Ja, ist er tot. You can play. Lol, jemand schießt. Nee, einer lebt noch, oder? Ja, dieser Chrisley, dieser Slave. Der ist tot. Ich hab den Detective Guardian. Er zählt ja jetzt. You can play. Alter, ich hab einen HP. Ich hab 29. Echt? Wir sind jetzt die Letzten Überlebenden. Also nicht mich anfassen zum Tod. Wir sind die Letzten Überlebenden. Nee, nein. Wir sind die Letzten Überlebenden. Singt das mal alle mit. Wir sind die Letzten Überlebenden. Wir sind die Letzten Überlebenden. Wir sind die Letzten Überlebenden. Hey, Joker. Joker, stopp. Joker, stopp. Yeah, you can play, guys. I don't know. Hey, soll ich mal jemanden wiederbeleben? Ja, beliebt mal jemanden. Beliebt den, wir töten den. Die Baby-Ele-Fahrt-Dich-Töten. Ich kann ihn wieder so leben. Da, 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 da. Wir sind die Letzten Überlebenden. Ich kann ihn wieder so leben. Ich kann ihn jetzt auch wieder in wiederbeleben. Ja, wir leben wieder. Hey, wiederbeleben, feier der Runde. Ich bin auch dort stehen. Das ist wunderbar. Ich sterbefeier, ich hab nur auf dem Leben. Die Lasse, du bist, du musst aber sterben. Nein, wiederbeleben, du noch mal und töten. Alter, Feier. Guck mal, der ist abgehauen. Der ist abgehauen, der, den wir umgebracht haben. Hey, die hauen alle ab, Alkern. War nicht wiederbeleben. Nee, kann nicht mehr. Ah, die hauen alle ab. Kann ich nicht. Hast du auch keine Krönung? Die Leute wollen endlich mal eine Antwort hören jetzt. Wann kommt das Capist 2? Wann kommt das Capist 2? Hey, ich hab ein Ding gefunden. Golden Rocky, I have to go log. Wann kommt Octopath Traveler? I have to go log. Oh mein Gott, Joker, ich kann ihn scheinbar auf 10 Minuten. Oh mein Gott, guck mal. 10 Minuten. Ja, die 10 Minuten-Bombe. So, 10 Minuten-Bomb. Hey, look at this bomb. So, watch this time, guys. Look, look. Watch the whip. Ich bleibe bei mir eigentlich beide Amerikaner und ich bin der Einzige Deutsche. Ich weiß auch nicht, warum ich aus Amerika komme. Deine Mutter zu fest, denn das hat Spaß. Wir sind nicht dumm, doch wir haben viel Mut. Hm, wo kennt die Traitor? Wir zusammen haben, dann wird alles gut. Los, Wanderpads, ja. Wanderpads, Wanderpads. Das ist sau-lustig. Das sind nur zwei Leute, wir spielen 4 gegen 2, so gesehen. Die hauen auch bald ab. Die hauen auch gleich ab und dann bin ich fertig mit Downloaden. Dann so, tschüss. Nee, dann so, Jobe, komm zu TTT. Wir haben den Zauber geklaut. Ey, genau, dann haben wir so einen eigenen Server. Ja, schaut mal, wir haben sogar Flaggen. Und stell dir vor, einer kommt dann so mittendrin einfach so ein random Joint dann rein, denkt sich so nix böse. So, dann mit der Adi jetzt. So, zu füllen. Genau, genau, und dann reden wir so ein Voice-Chat, die ganze Zeit, Junge, du stehst die Aufnahme, verpüßt mich. Und dann reden wir alle auf den, Mr. Apoot. Ja, aber ich töte gerade, ich töte gerade ganz so spooky. Schade, dass ich keinen mehr hallen kann. Er ist nicht... Nö, 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 nö. Das war schon witzig, dieser Jails, der ist bei dir direkt abgehauen, danach. Wir haben den um... Wir haben den wieder belegt und dann umgebracht. Wir machen wieder nochmal mit jemandem. Komm, wer traut sich hier reinzusitzen? Nein, er hat mich getötet. Ey, wenn jemand von uns teest, wir wiederbeleben einen Indoor und töten den. Der will sich hier reinsitzen. Tschüss. Kommt näher, kommt näher zu meiner Attraktion. Alter. Hier am Leuchtturm. Jetzt warten wir erstmal, bis deinem Koffer dich installiert hat. Die müssen nie warten. Kommt zu meiner Attraktion, wer traut sich. Guck mal, wir machen so ein Let's Grief und haben uns reingesorgen. Wer traut sich, traust du dich oder bist du eine Moschee? Wir haben einen Server geklaut. Komm, willst du nicht bei der Attraktion mitmachen? Steig einfach nur ins Minecraft. Wer... Wüsste doch, wer als erstes geht, ist eine Moschee? Okay, tschüss. Wer als erstes den Server lässt, ist eine feige Moschee. Was denn? Was willst du denn? Ah ja, na ja. Guck mal, jetzt hier, Joker, das ist dein... Das ist, äh, das ist der Warhunter. Und das ist, äh, der eine Hurensohn von Yu-Gi-Oh! Ah, Glock. Äh, lol, guck mal. Das Stall hat einmal eiskalt im Fick. Guck mal, Dom Tendo hat er sogar nötig, in sein Phamplis zu schreiben, dass er 4K macht. In je... Bei jedem Phamplis, umsov, steht umso ein 4K. Das darfst du, ja, bei Life is Strange 2, oh mein Gott, Life is Strange ist so geil. Naja, ich verstehe gar nicht mal 4... Ich verstehe gar nicht, wie, warum man 4K macht. Oder damit angibt. Guck mal, ich gehe in den T-Shop und will mir was kaufen, Jens. Guck mal, so ganz groß... Sorry, bis TTT Equipment ist exclusive to VIP Subscribers. Was? Du kannst dir das nicht kaufen. So ganz groß in der Ecke steht er so, 4K, Ultra HD. Joker. Okay, wenn er es schon macht, dann muss man es doch einfach nicht ins Thumbnail da schreiben. Ja, man schau. Vor allem bei jedem, bei jedem Thumbnail. Ey, ich kauf mir jetzt ein Knife, weil ich cool bin. Hammer. Leute, das ist Ultra HD. Guck mal, ich hab ein Glock Skin. Ja, die U... Joker, bitte. Die UFS macht einfach one hit. An sich grad bestimmt auch Fall verarscht war. Traust dich, Joker, komm. Shit. Was sind Loser. Oh, jetzt geht mal weiter, denken die sich glatt. Und jetzt sterben die gleich wieder. So. Warum hast du nicht... Ich weiß nicht, wer der Traitor ist, Mann. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So, Lille Games. Ich weiß nicht, Mann. Sorry. Wir wissen nicht, wer der Traitor ist. Wir wissen nicht, wer der Traitor ist. Sie haben auf und... Oh, das Traitor ist. Oder was? Ich habe gedacht, sie haben sie auf der Beach gefunden. Komm, komm, wir gehen wieder runter hier hin. Nein, nein, lass Lille Games direkt töten. Oh, das sind Traitor-Veppens. Okay, ich wusste nicht, Mann. Ich habe gedacht, sie sind auf der Beach. You can find it on the Beach. Lass mal den direkt töten, den Lille Games. Haha, den Spooky. Ja, ich glaube nicht, das ist mein Problem. Fuck, ich kann den nicht töten. Ich habe einen 600er Karma. Hier müsst ihr töten. Ja, okay, komm, Warte. So, komm. Ich bin Traitor. Ja, ich kann die töten. Okay, Killing. Killing und dann wiederbelebt. Hier ist der. Der ist hier unten bei uns. Hier ist Lille Games. Hier ist... Der töte den Lille Games. Wiederbelebt. Okay, der... Ja, den wiederbeleben wir danach. Wenn er damit nicht rechnet, der muss erst mal zappeln. Warte, wo ist der andere? Der war hier irgendwo. Da oben auf dem Turm. Spooky. Mann, das ist meine Aufgabe. Ich brauche nur das Kombo. Killing. Der ist tot. So, ich wiederbelebt den jetzt. So, Lille Games. Vom Leuchtturm. Vom Leuchtturm. Sag mal, Lille Games, you are cool. Come on. Lass die Leiche in den Leuchtturm mitnehmen. Wo ist denn der Lille Games? Sein den kleinen, der... Die Leiche von ihm. Komm. Kommt in den Leuchtturm. Jetzt wo ich da bin, hauen die auch. Leuchtturm. Ganz nach oben. Guck mal, die haben alle keinen Bock mehr. Ey, Devon, guck mal, was wir machen. Oh, a German guy. I think he is cool. Wir tun jetzt einen, den wir random haben, wiederbeleben und schubsen die Runde. Guck mal, der Lille Games vor allem dachte, ich wüsste echt nicht, dass das Traitor Waffen waren. Und tu so, als ob ich die nicht wusste. Warte. Kann man den so... Joker, komm mal ganz oben, Leuchtturm. Ich will wissen, ob man den auch so wiederbeleben kann. Warte. Komm noch. Wir müssen auch Premko warten, ob... Oh, das ist zu gut. Ich bin schon drin, aber ich kann ja nicht mitnehmen. Okay. Wer hat den Defibrillator? Ich hab den. Geht das so? Ne, leider nicht. Dann tue ihn so an. Ja, dann tue es irgendwie so... Ja. Ja. Ne, geht ned. Doch so. Ah ned. Du kannst ihn nicht... Wir müssen ihn auf dem stabilen Boden tun. Ja, okay. Dann schubs ihn irgendwie runter, direkt. Ja, schubs ihn einfach dann runter. Okay. Warte, ich kann Newton Lounge... Warte, ich kann kein Newton Lounge. Geht das? Geht das hier? Warte, ich droppe euch diese... Ding. Newton Loungeer, hol... Ich hab Newton Loungeer, ihr müsst ihn wieder belegen. Dann gib mir wieder Belebungsding oder so. Look what I found on the beach, Lille Games. Hab ihn. Do you see? I'm not traitor. Ey, Junge, wird smoke gemacht. I'm not traitor. Okay, das klappt da nicht. Wer will eben dann schubsen? Da hat er mit direkt geschockt. Mann, das klappt da nicht auf dem Ding. Mach einfach aufs Boden. Ich will das hier hier machen. Der Newton Loungeer kick. Es geht allgemein nicht. What? Es geht nicht. Dann never, dann lass'n never gehen. Vielleicht kannst du nur der Tee machen. Ja, never, schnell! Dann schubst du mal den Tee da und sag' Na, Lusen. Ja, lass'n einreden, dass wir den mögen und dass er cool ist. Nether Games, you are very cool, man. We try to revive you. Resurrect. Guck mal, fahr mal, Alter, ob der andere Typ einfach so ewig lang nie wartet. Haha, den Juck das nett. Hä? Wo ist die Leiche hin? Ne, der ist gerade gegangen jetzt. Boogie Boob. Haha, der andere Lelik Games ist nicht. Guck mal, Lelik Games ist der einzige. Guck mal, Lelik Games ist der einzige. Wir warten gleich den Tee-Part. Guck mal, der ist die Leiche. Guck mal, der ist die Leiche. Hey, ist die Leiche weg, kann man die Leiche nicht mitnehmen, wer da nimmt? Ich glaub' nicht. Wow. Wo ist die Leiche jetzt? Ja, die kann man nicht in den Nether mitnehmen, man soll. Und wo ist die denn? Ja, keine Ahnung. Sag mal, I'm sorry, Lelik Games. Ey, wo ist die andere? Wo ist die andere Leiche? Ja, der ist tot. Der ist gegangen. Der ist gelieft. Ja, dann lass' mal wegen Remco schneller machen, oder? Es lebt ja nur noch der eine, dann fahr' mal den einen. Los, töte uns alle, oder wir töten dich. Oh. Töte uns alle, oder wir töten dich. Okay, dann töte ich euch. Töte. Ne, du brauchst D-Kammer, töte uns alle. So, ich Jokern Kiltschenke. Guck mal Jokern, sowas brauchen war, oder? Ey, 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 ey. LeleGames ist in einer Sekunde tot. Er ist so gleich, hey Remco, woher kommen Sie aus? Germany. Oh mein Gott, Sie sind sehr cool. Komm schon wieder. Der Bock, ADM zu werden, jede Runde. Da ist LeleGames. Bei Alka. Da ist beim Leuchtturm. Tötet wir den direkt. Ja, ja, und dann wiederbelebt man den die ganze Zeit. So oft, wie es geht. Also kauft keine Fehler, nur wiederbelebt. Nein, warte, warte, ich habe eine bessere Idee. Ich bin in Nuss, dann tötet den. Ja, warte, lass den in den Traitor-Tester schubsen. Äh, wo es alle Fertungen steht. Wer ist denn ein Tee, alles? Ja, genau, lass ihn wiederbeleben und dann wiederbeleben. Lass den in den Traitor-Tester wiederbeleben. Der soll drin in dem Traitor-Tester sein. Ja, nimm ihn mit. I think this is unfair, please. LeleGames. Wer ist denn noch Tee von euch aus? Ich? Bist du allein? Wo ist denn der Golden Block hin? Hey, bist du alleine Tee? Nein, LeleGames. Hey, der ist auch Tee. Mann, verpisch dich, Remco. Junge, hier ist doch so ein Pop-Up, Alter. Geh mal weg. Ja, das geht nicht. Geh doch bestimmt drinnen. Ja, wir haben den Golden Block nicht. Geh mal weg. Was ist denn scheiß Pop-Up hier? Das ist lecker und ich kann nichts machen. Ja, dann such mal ein Golden Block. Geh mal weg, Remco. Ich kann nichts machen. Ich kann mal Remco blockt. Hier ist so ein scheiß Pop-Up, was nicht weggeht. Ja, es geht nicht. Ja, wir müssen brauchen mal einen Golden Block oder was? Ja, ich hatte den noch nie hingebracht, aber der ist dann mitgepackt. Junge, du hast den runtergeschmissen, du Vollidiot, Mann. Junge, geht nicht scheiß jetzt weg, Alter. Ist er unten? Das geht nicht. Ich bin Joker. Ja, lass mal los. Vielleicht geht's dann. Junge, als ob der Bock hat, die ganze Zeit hier zu spielen auf dem Server. Dann bringt euch mal alle um. Warte um. Hallo. Lass ihn doch kurz wieder. Warum steht er immer noch dort? Hä, kann man euch nicht mal so ein Torp-Up? Hey, das ist doch der Block. Nein, bei uns kommt nix. Hey, das ist doch der Goldene Block. Oh, der Scheiß. Ja, ich hab ihn gegeben jetzt gerade. Geh doch mal weg. Als der Pop-Up kam, habe ich gesagt. Ja, das ist das Problem. Remco kann nicht weg, weil der einen Pop-Up hat. Ja, warte, dann ballert er mal kurz ab. Das geht halt dann weg, doch Pop-Up. Ich hab einen Scheiß-Karma, ich kann den nicht töten. So, ich muss, ich muss, ich muss neu connecten. Das geht so, jetzt hab ich den tollen Block rein. Ja, versuch den zu wiederbeleben. Den Welt-Target geht nicht. Warte, erstmal müssen wir so tun, als würden wir wirklich... Warte, warte, ich tu ihn erstmal hier rein. Bist du doof? Soll ich ihn da reinschauen? Der kann, der kann da nicht draufstehen. Also müssen wir den irgendwie davor hier... Hier einfach. Hier auf dem Boden. So, nein, nein. Kannst du ihn hier wieder beleben, guck mal. Im Lava. Geht nicht. Ja, dann müssen wir den rausholen. Warte, ich holen, ne. Geht das überhaupt mit dem Defibrillator? Ja, das ging ja bei mir. Warte, ich möchte mal auf ganz normalen Boden testen, ob das geht. Guck mal, wie, wie die Hunde kommen sie hinterher. Wie so Hunde kommen die hinterher. Ey, magst du Lelec Games, Joker? Lelec Games. Ja, tu den raus. Joker, magst du ihn? Dann hol ihn doch. Oh, der liegt da jetzt. Der geht nicht oder nicht? Nein, warte, hier. Wo ist die Leuche? Ne, belebe ihn doch mal wieder jetzt. Ja, warte, ich hol den hoch. Okay, das geht nicht. Geht nicht. Hä? Wieso ging es bei mir? Probier es mal. Das geht nicht. Let the Games we try to... Ähm, bleib dich zurück hier. Ich hab keine Ahnung, mach mal jetzt. Das mal jetzt. Los. Was machst du, Mann? Okay. Jetzt weiß ich, dass es bei Leichen geht. Was ist er Traitor oder was? Hey, wieso ging es bei mir dann einmal? Jetzt kommen wir normal spielen. Jetzt kommen wir normal spielen. Okay, let's play normal. Please search to go home block. Wir spielen normal. Was meinst du, Mann? Äh, so... So, ich hoffe, es kommt nicht wieder so eine Scheiß-Meldung, Alter. You was Traitor. Guck mal, hat man hier... You were Traitor, Mann. You already am. Hat man hier auf dem Server hier immer einen Knife, oder was? Ja. Oh, cool. Oh, ist ja voll geil. Direkt Lele Games töten. Even wenn ich nicht T, du killst mich. Du war T, Mann. Wir waren T. Wir haben 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 T. Okay. Sorry, Mann. Nice Golden Block, äh, come on, Lele Games. Go home to the Traitor-Tester, please. Soll ich ihn unterschubsen? Der Typ ist echt behindert, glaube ich. Nein, ich schub nie. Lele Games. Der Typ. Er ist ja auch Lele Games. Mann, Junge, hör doch auf. Wo ist der Lele Games? Hat jemand ein Radar von euch? Ja, ich. Der ist auf dem Turm, der kämpft. Lele Games, do you come. All Lele Games, please. Well, he's, he's out of here. Okay, Joker, go in. Okay, I go in. Okay. Okay, you're proven. So, Mimmon, go in. Okay, Mimmon is proven. Okay. Orca, go in. Nah, proven. So, the last one is Lele Games, so. Was ist für dich? Ich sehe, Arie. Lade, Mann. Alter, der hat mich einfach ernstlich gekillt, der Arsch. Fuck you. Okay, lass den einfach umbringen, weil der will nicht ernst spielen. Der will nicht ernst spielen. Wir spielen ja auch ernst. Egal, wir killen den, wiederbeleben ihn und killen ihn nochmal. Oh, man kriegt hier sogar eine Skill Group. Was denn das denn? Guck mal, eine Skill Group fürs Ard, yeah, man. Head voll cool eigentlich, aber... Ja, aber das ist irgendwie ohne Sinn. Das ist ohne Sinn einfach. Weil, guck mal, für was kriegst du denn bitte einen Rang? Dafür, dass du Traitor umbringst oder was? Ja. Lass ihn einfach killen, wiederbeleben. Hä, wie mach ich das weg? Keine Ahnung, du musst warten wahrscheinlich. Da steht, da steht 50 Minuten Feier. Ja, du musst jetzt eine Stunde warten. Tja, jetzt muss... Jetzt musst du eine Stunde warten. Nee, das liegt auch schon. Das Connect-Pech-Wax. Müssen wir halt echt, oder? Was ist das? Das ist ja voll der Bullshit. Guck mal, man muss jetzt hier eine halbe Stunde. Guck mal, das Spiel sagt jetzt, you can, you have to wait. Und der Lick Games bleibt drin. Hä? Was muss man jetzt machen, warten? Ja? Das ist jetzt eine Stunde, oder was? Sicher doch, Alter. Nein, ich probiere mich. Wenn du das nicht hustest, Alter. Wollt's kommt schon wieder die scheiß Discord-Melodie, die ich nicht wegmachen kann. Hammergeil. Komm, Mastermind, ruft mich an. Ich kill dich so wie die Daltons. Ich kill dich so wie die Daltons. Hey, it's my no joke. Was machen wir jetzt hier? Ja, was ist denn das jetzt? Komm, man kann doch nicht mal raus. Man kann nur Disconnect machen. Ah, warte mal. Ähm, Ding. Ich hab Disconnect gemacht. Und dann Playnow. Nee, Playnow ist Bullshit. Dann lass mal neu joinen in den Server. Ich wurde gerade nämlich rausgeschmissen vom Server. Vielleicht kann man ja neu rein joinen. Ja, jetzt geht's. Jetzt geht's wieder. Ja, ich join hier einfach rein. Ja, Lele Games ist rein. Geil. So, hello, Lele Games. Hello, my friend. Why you killed us? Why you killed us? Why you are RdM? We didn't do anything. You are RdMing. That's against the rules. Auf einmal ist der so ein Admin geworden. Der ist ein wirklicher Admin und lässt sich gefallen, jede Runde getöntet zu werden. Islander Game. Was geht, Mastermind? Verpiss dich. Wir sind deinem Aufnehmen. Ey, lass den Ding killen und dann wiederbeleben. Ja, wir suchen doch jetzt den Gorn. Ja, Mastermind, kannst du ja Werbung dafür machen, dass du beim KKW mitmachst. So, let's, uh, so schicken wir mal. Der Mastermind wurde sogar angenommen. Echt, du? Ja. Hallo, da war's. Geh' dir in direkt. Was, was sagst du dazu, Mastermind? Wo ist Lele Games? Ich bin T. Mastermind, die Z-Bone. Hey, Joker, Mastermind war beim KuchenTV, Kanal-Systems-Battle mit. Hahaha. Er ist kein Lele Games, mein Mann. Er wurde sogar angenommen. Der fliegt als erstes raus. Hier ist Lele Games, der Safgar. Mastermind, wahrscheinlich bist du nicht immer reingesucht. Ich hab' den umgebracht, ne? Ihr könnt' ihn wiederbeleben. Der fliegt schon das Battle von BigGigalJ. Aber der war AFK. Ja, aber irgendwie sind die Teilnehmer alle voll scheiße, weil die's voll ernst meinen. Oh. Die wollen so einen echten Vertrag bei BigGigalJ und denken so, ja, nächstes Jahr mach' ich den JTB. Nein, 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 JMC. Ja, eben. Juck' kein. Wir machen TTT. Mach' deine Massimo Stelle vor, du schaffst nicht mal durch, äh, in, in, überhaupt ins Achtel oder, oder was anfängt. Das juckt nicht, weil wir machen TTT. Du, du bist nicht mehr reingewählt. Kann sagen, dass er dabei war. Hast du den von heute gesehen und den von gestern? Ey, von gestern war richtig scheiße, der von heute war minimal best, aber trotzdem scheiße. So Joker, go in. Ey, ich kann ihn wiederbeleben. Ich kann ihn wiederbeleben. Also, also Massimo, wenn noch sechs weiteres... Go in. I'm in. I can help you in the game. Ey, Mastermind, wen hast du denn zerstört? Ey, komm' mal alle her. So ne komische Amerikaner. Mann. Oh, schade, dass du nicht Joker zerstört hast. Ich kann ihn wiederbeleben. Stell dir vor, Massimo wäre so richtig random. Massimo wäre so richtig random Joker zerstört, ich dachte, guck mal, hör dir mal die Thumbnails so und wie... Joker hat mich bedroht, fast geschlagen. Ey, ist auch nicht in der Fall. Aber dann hätte ich auch eine Qualifikation gemacht und dann hätte ihn zerstört. Genau, dann scheint Massimo zu Aufnahmen von irgendwelchen Parts rein, wo Joker Massimo beleidigt hat und sagt so, guck mal, wie unser Partner fällt. So voll Minigolf, die Antwort. Ja, Minigolf! Genau. Aber Joker einmal mit und schneidet einfach nur was rein mit, ich bin schwul. Ja, dann ist Massimo ein Zerstört. Massimo, wenn du das mischt hast, Jörg, dann müssen wir uns sagen so, ja mach so, scheiß von Kills, mach einfach Videos. Guck mal, der bewegt sich. Welches Spiel habe ich noch mal mit dir gespielt, wo ich einfach nur nie gespielt habe, aber trotzdem gewonnen habe. Der wollte es nicht mehr. Mann. Ja, der wollte sich wehren. Er hat geschossen. Ja, der Mion war's glaube ich. Guck mal, der ist immer noch auf dem server. Das juckt den überhaupt. Jörg, soll ich dich töten. Er hat Case Opening gemacht. Ah, hier hab ich ein Case. Wo ist der überhaupt? Ach ja, Backgab. Joker, willst du sterben? in zwei tagen werde ich einfach älter schön schön einfach 18 warte lass uns mal kill ja warum weil dann können wir alle games nochmal verarschen dann gehöre zu den erwachsenenkreisen guck mal ich hab gewonnen ich bin MVP ich bin MVP ey ich sag euch wie man den wiederbelebt ich weiß wie man ihn wiederbeleben kann warte mal ey joker wirst du maßmanns quali nen Daumen hoch geben na ne das wird das wird den Daumen runter geben dann kill me this round if you are not traitor ey joker lass mal mit dem seriös spielen voll unerwartet gell joker du musst du ein Video auf deinem Kanal machen ja geh allen dem Video ein Dislike ja ich komm gleich wir nehm noch auf ich komm dann dann können wir in Ruhe wieder Contation um zu spielen und dann hat maßmanns so mehr Dislikes als Likes mit raus gewohnt lele games ok lele games aber du musst in den Traitor Testation um zu spielen maßmanns kommt dann in die Hall of Kids ha ha Hall of Kids ja da kommt er so oder so rein ja leo maßmanns mit deiner Quali müsstest du eigentlich safe reinkommen du weißt du kannst mich nicht fördern du weißt du kannst mich nicht fördern du weißt es ist Peace man wir wollen mit dir Frieden machen also du musst in die Hall of Kids wir alle gehen und du weißt du musst mit uns gehen und dann darf maßmanns gegen die Favoriten ja wir wollen zu spielen normal wahrscheinlich kommt maßmanns direkt in die erste Runde gegen Jay und dann sagt maßmanns, dass er Clickbait-Thumbnails hat und dann sagt maßmanns, dass er Clickbait-Thumbnails hat it isn't even active dude it's R.E.M. if you don't go in ey maßi, das wäre ja für dich sogar ein richtiges das wäre sogar für dich ein Battle aus Herzensangelegenheit weil du findest, dass es gegen Clickbait-Fan benützend das heißt, ich hab mich schon davor verstört und dann sagst du so ich hab mich schon gewünscht, dass ich gegen Jay werde, damit ich ihn zerstören kann ey, wer ist denn von euch Tee? ich weiß noch mein Kollege hat einfach schon ein Video gemacht, da hast du noch nicht berühmt war I'm playing länger than you, yeah, go in the Trader-Tester ohne witzig, ich kann auf dem Server halt nicht mitspielen werft der Golden-Blox, äh, Golden-Block ich kann, ich kann auf dem Server nicht mitspielen, weil er immer so eine scheiß Pop-Up kommt, was ich nicht wegmachen kann ich hör auf, keinen Bock mehr ich bin ein Trader, also bin ich jetzt weg okay, Dermi, dann, Dermi, meet the rules, yeah, go in, man ach, wie, nee, wir können nicht mehr spielen, ich bin zu müde du kannst doch eh keinen smashen, du, äh, fast übst du nicht ja, was? du kannst doch eh keinen smashen, dann übst du auch nicht wieso kann ich keinen smashen? ja, hast du doch gesagt wann? hast du gesagt keinen smashen naja, jetzt bin ich zu müde, das stimmt irgendwie naja, also ja, okay, hast du wir müssen den killen und wiederbeleben, ich weiß, wie man ihn wiederbelebt ja, wir wollen normal spielen, aber du gehst nicht zum Trader-Tester ja, man genauso, man, ich play-button ey, Flash, äh, Flash, battest du dein King-Finale gegen Sysfog Lille Games, where are you, man? Go to the Trader-Tester wo ist denn, wo ist denn, wo mein Kanal hat, glaube ich, bessere Klicks, als KKB ja, ne feier als T was, als, bessere Klicks, als KKB feier, bist du T ähm, komm auch an feier, ja, you are a Trader so, Joker, go in also, die bei ersten beiden Qualis haben wir schon gut Klicks was ist denn mit Feier? keine Ahnung, der redet nicht Junge, red doch mal Ding hier oh, ich, ach so, ich war ich war, ähm muted, sorry ja, bist du T äh, ja, 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 ja ok äh, Lille Games, komm komm zum Trader-Tester, wir haben alle gewonnen Joker, go in come on Joker, geh mal echt in den Test, also zum Test Junge, der sieht es noch nicht ok, Joker, you prove ok, ähm, Mimon, you go in ok, wait und yeah, prove ok Alk, go in ok ok, Alk, it's proven Lille Games, you have to be a Trader ey ey, Masi, stell dir vor, du stell dir vor, du freust dich richtig dass du ins KKB reingekommen bist dann lädt Kuchen deine, äh, Quali hoch als Hall of Shame-Quali ja, stopp das war erst mal sein Familien-Embrennpunkt-Drama, da ja, Familie, Lille Games ja, äh, Feier, hol dir mal ein Radar ok, warte ok, warte sonst ist es halt echt langweilig ich hab' gerade es hat ja jemand als, es hat ja jemand als Quali so, ähm vielleicht ist er ja never oder so die, äh, die Freundin von Kuchen, die Fausterstörungen ist siehst du die nicht? hehehehe ja, aber Masi, beim letzten Turnier waren viele gute dabei also wenn die alle wieder mitmachen, also, Rio, Darkies World und so, wenn die alle wieder mitmachen ja, das sieht, du musst dich doch offen lassen naja, es kamen jetzt, es kamen zwei gute und zwei schlechte und es kommen noch 20 oder hat er sich selbst um, oder? ja, stimmt allerdings glaubst du, ich hab ne Schotten? ja, der ist tot! ich mein, ich mein, Jan, Tendo und Jay sind jetzt schon Favoriten warum ist der tot? Miss, Missing in Action? ja, wiederbelebt den, wo ist der? ja, wiederbelebt den, wo ist der? kommt, kommt drauf an, also vom Fame her auch nicht aber... ich weiß noch, beim letzten Kakabe war Jay ziemlich scheiße Mann, das juckt doch keinen ja, das juckt echt keinen jetzt, Mann da wird er weggekobst ja, kapier, scheiße, Junge, ich kann den dann proboschieren ja, aber auf geht's, Mastermind ja, gut, ich weiß nicht, wie ich raus und Jan, Tendo gleich mit scheiß Clickbait schnauze ich war auch beim VBT dabei juckt nicht echt? doch, Mann ich hab ne Gasthook gemacht bei wem? bei wem was? was? ein Kollege von mir hat sich als Hauri so Mia verkleidet das ist so ein schulmädchen ja, schicken wir jetzt rum keine Ahnung, muss ich nicht bist du MC Nero, oder was? was? bist du MC Nero? ja das schau ich mir jetzt an, Alter ja, 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 ja eins haben wir irgendwie auch gar keinen Bock mehr tschüss ich muss aber dafür noch die Quali